Äh, nicht den Zaun, die Latte, ne? Ja, die GoPro hat's erwischt. Zählt auch. Unsere drei Kontrahenten treten an im Lattenschießen. Jeder Spieler hat drei Versuche und jeder Treffer zählt. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt ein Getränk seiner Wahl. Komm Jakob, sag dir Bescheid. Ja, komm, auf geht's. Bescheid. Eins, zwei, drei, Jägermeister. Luchs, aber nicht über den Zaun. Hä? Der ist gut, aber reicht nicht. Bitte. Soll ich? Oh. Ach, Alter. Nicht den Zaun, die Latte, ne? Der war ja gar nicht so gut. Ich kann gar nicht mehr, Alter. Robin, das tut mir auch so leid und vielen Dank. Ja, ja. Tut dir gar nicht leid. Glaube ich auch nicht. Ist gelogen. Gut. Auja. Der war daneben. Ja. Totch. Oh. Nein. Kann nicht mehr. Siehst du, ich muss aufhören. Nein. Halt doch mal. Alles klar, ja? Ich habe einfach zu viel Power. Ich muss von der Mittellinie, glaube ich. Jakob, jetzt machst du deinen ersten. Komm. Schade. Oh. 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 Eisern. Glückwunsch. Danke. So. Egal. Das Wichtigste haben wir vorher geklärt, Sven. Das ist so. Danke. Das Wichtigste haben wir vorher geklärt. Aber ich kann jetzt hier nicht aufhören, ohne die Latte getroffen zu haben. Jetzt habe ich doch gewonnen, oder? Genau, Jakob. Du bist der heutige Sieger und bekommst ein Getränk. Von euch, ne? Von AFTV. Ne, so kann ich nicht. Da ist er. Ja, die GoPro hat es erwischt. Zählt auch. Hab ich sie erwischt? Ja. Geil. Wenn du das Ding getroffen hättest, hätte ich mich vergraben. Aber da wir auch bei Urs gelernt haben, der Ball muss ins Tor, ist es Quatsch. Männer, wisst ihr? Da ist er. Da ist er. Zeig ich doch. Doppelt. Doppelt. Mit Anseige. Und wenn ich den halte, Robin, dann gibt es auch eine für mich. Ja, dann muss ich ja jetzt richtig schießen. Das darfst du auch. So, wollen wir mal kurz eine Flasche holen. Zack, zack. Ja! Aber weißt du warum? Weil ich auch einen Schluck abkriege. Toll. Ja! Aber dann bin ich... Schmeck... Mittal ein engines funkyterentsk consciousness. Vielen Dank.